Hallo und herzlich willkommen zu ARK Survival Evolved mit Just Different. Train ist er. Clever sein ist ganz gut. Nein für unsere Unsprüche. Ja. Wo wir ähm Parapel verloren haben. Der Ratsatz. Ich könnte jetzt was sagen. Da. Da ist mir richtig scheiße gegangen. Ich hab die ganze Zeit heulen müssen. Ist ja ernst. Ich hab das nicht gesagt. Ich hab das nicht gesagt. Ah da. Sind wir auf Kopfnuss drauf. Ja dann nennen wir Kopfnuss ok. Kopfnuss. Sind wir das nicht? Ja. Findeutig. Na so haus nicht jeder. Beim. Von meiner Pachis. Schau mir an. Ekelhaftes Fisch. Ich. Hans muss noch essen. Schau mir nicht mehr an wo ich mich umdrehe. Ja. Hast du mich schon gehört? Ovi Ratto. Hier. Rappi. 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 Wollt reappit a king. Alter schreit mich. Kopffnuss. Apfelmus. Äh. Hier. Eigentlich nicht da. weil ich testen da tun was wisst ihr was das coolste dran ist man kann so richtig nicht gerne halten in der Anlage kann ich noch von D-Rex ja höchstwahrscheinlich wenn man nicht testet kann man doch nicht helfen hat uns aber verloren Entschuldigung wie der uns aber drohen kann was hat denn der für gewicht alter wiegen wir gerade wenig diese Aussage hätte ich nicht gettucht hätte ich nicht gettucht dass wir mehr wiegen wenn wir mehr wiegen unsere Dinos reißen sind da und klein sind weil der Krauss ist komischerweise gestorben ja weiß ich gut er macht helfen ja ich wollte mich auf 300 mal holen der Level ab sich oder und gleich viel Geschwindigkeit wie der andere was wir gehabt haben äh was fahren wir dafür Fiber Fahnen wir da Fahnen wir da dann kriegen wir die unteren Dinge da oder Level 20 Alter gibt es noch mehr mit Level 20 und dann kriegen wir die unteren Dinge da ja schon Ding zum Beispiel auch äh eh eh ja dann schauen wir mal was das das können wir reparieren mehr Fiber da haben wir jetzt gerade sein Outfit repariert Ah ja genau können wir den ersten der hat hier die Majorberry Zone oder und eine unteren die zweitbesten normalerweise können wir den Riemann Steger ja alles ja eigentlich nicht aber da wäre Schülkröten sonst noch ja jetzt gehen wir nicht und wenn wir den Steger sind 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 äh äh ok warum hat er das gleich wieder zugemacht Level 30 ja ah ja drüben ja dann tun wir was anderes gehen wir den C das ist ein Team wir können jetzt eh einiges zähmen wie geht der Kopfnuss Wege am Kopfnuss besser gesehen kann man der Ding hin machen 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 ja was freut's oder genau aber mit Kopfnuss kämen ähm Flüchten vor allem Schleger ja das schon wie schnell regeneriert und keine Energie so geht eigentlich klar wenn der Platz ist ja 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 schauen wir mal ob wir ein kleines Fisch finden ja 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 da ist er der was fast hängt der Triceratops ja ja wie er dann wo immer der fast hängt Fui, ausgenockt, ey. Jetzt kommt der Kano. Wenn du von einem Raptor wegrennst, dann geh an. Ich brauche ihn nicht zum Reparieren, ob ich ihn jetzt nicht frei war und wollte. Das kann er ja nicht nehmen, das ist ja nicht so, als wäre er für uns im Fresser. Nein, er hat es gesehen. Stui. Das ist alles geplant. Hier wird er schon. Ja, ich kann er nicht ausreichen, weil er keine Energie hat. Ich muss jetzt regenerieren, die Energie. Da Minoreskir ist nicht zu sterben. Ich glaube, da ist Kano, da ist das Problem. Er ist unconscious. Zemen oder nicht? Ja. Ja, was? Wir haben kein Fleisch. Jo, Stefan. Es tut mir leid, Kropfenus. Sollte, der ist ja da. Ich glaube, da muss man die Narko-Paris flittern. wie das ist, ich habe einen kleinen Haken und habe mich gemacht. Ich bin ein bisschen empfiegt, das ist aber nur ein bisschen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe mich ein bisschen verletzt, das ist wirklich ein bisschen. Ich habe mich nicht geholfen, als ich weiß. Das ist die ganze Zeit. Du bist und da bist. Das kommt sogar nach oben. Das ist nicht mehr. Wie hört das denn du wieder aus? Rühe da. Mein, mein Paket. Das ist exsicht, oder? Ja, so wie von einem grundslegenden 70-Jährigen. Ja. Äh. Ich weiß es nicht. Ist scheißegal, die machen wir am fertig. Spiel mal jetzt Walliboy, oder was? Ja, das ist scheißegal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So macht es jetzt. gut, da gehen wir zurück, oder? alter, wie schandt ein BIA aus alter, wir sind da wieder das hat viele Dealers mit oder noch kurz einmal in der Hand der Ernst? könnt ihr hier nicht reinen? beim benutzen wir eigentlich immer noch Sperre das frage mich der BIA ist heiß der BIA ist heiß der BIA ist heiß bogen deswegen schau mal wie viel Fleisch grünen da können wir 21 ok, 21 ist nicht so schlimm das ist wenigstens viel so rennt sie gleich schnell was auch nehmen wir da doch warum ist er da nicht mitgekommen das ist der das ist der Track, ja leider, die Dinge müssen schwer sein das ist der das ist der der trinkt doch was das ist das das ist das ist das ist Daher jetzt? Jetzt hau ich raus. Ja. Da schießen wir es. Ja. Ist der Steiger noch da? Ja. Ja. Was soll er ein bisschen tun? Ja, 4. Da baue ich noch nicht schön durch. Gehen wir da lang. Haben wir uns da nicht einmal ein Ding gebaut? Der Gehege schon, oder? War das nicht riesig, gell? In dem Gebiet. Oder? Ja. Weißt du, wo wir jetzt sind? Ja. Ja, da oder wo wir jetzt sind. Ja. Glaub schon. Ja. 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 Aber da haben wir die Naht schon wieder umgelegt. Ja. Ihr gehört es ab jetzt zusammen. Ja. Die mögen auch gar nicht. Die mögen sie. Wie sagt er mögen sie sie? Ja. Ja. Haben wir da ein bisschen Fleisch rein. Ja. 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 Da was haben wir sie. Irgendwie schauen wir wie viel schwer für den Dino ist. Aber unter die Folge ist ja ungefähr 500 Kilo schwer. Ja Kommt er nach oben? Ja, nicht wir Was kriegt er? Ja Was für uns? Na, gar nicht auf ihn. Stamina, oder? Ja 15 ist ziemlich gut Komm, hat er den jetzt schon mal gehört? Ja Ja Danke Kommen Sie, Trocken Lauf Ja 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 Und der ist gerade eben gekommen Ja Ne Stecker Was für Level bist du denn da? bitte hilf mir na na du geh doch na na da schieß man ja weil er sich gerade geboogt oder voll durch die Welt ja mal hier oder du hier kann euch die scheiße aufklampfen dann lass das mal nachdenken ist sie kann man die scheiße essen du du ja und geht es nochmal man kann die scheiße werfen anscheinend du irgendwie kann hat man denn nicht essen keinen hier entschönen können dass man die essen kann alter hat das jetzt lang gedauert äh also wenn man scheiße ist ist man zu zu boah weine drauf kommen ja doch du hast das gewusst was was wo das mit wie weiß da waren drei aber die habe ich verloren ein minuten haben wir eine Leitung Alter, schreie ich mich. Ich denke, kommt wirklich ein... Jedes Mal! Jedes Mal über die Oviraptor, Mann. Pass auf, da kommt ein Oviraptor. Kommst, ne? Gut, da ist er da. Puh! Beary, Bärby. Was? Ja, Bärby. Was ist da, Mann? Tilt, aber immer noch. Bärby. Ok, das Geräusch, äh, musst du dich irgendwie verlaufen, kann man dir helfen, ok, wenn das so ist, ach ne, ja, das ist jetzt noch wichtig. Was war das gerade, ah, das war Kälte, wird doch das Schlang zuerst und denke mal, was gibt's in der Gebiet Schlange? Der Wichser! Ok, paar Hammerbahn. Von los bin ich gepoisoned worden. Alter! Wir wären bewusstlos. Nein, wir haben eine Äther. Der Wichser! 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 Ich weiß nicht was das ist, aber ich glaube der Kompi. Ich habe keine Ruhe von uns. Ich habe keine Lust zum sterben, als sie damals auch nicht. Ich weiß nicht, was wir verwechseln sind. Ich habe keine Ruhe von uns. Ich habe keine Ruhe von mir. Ich weiß nicht, was sie sein soll. Ich habe keine Ruhe von uns. Ich habe keine Ruhe von uns. Was? Ja? Also, wie schaut's hier aus? Ja... Wir wissen ja nicht die Vorgeschichte Oder zumindest unsere Abonnenten Das weiß ich mal Stamina, oder? Jetzt sind wir Level 1 Jetzt holten wir uns die Punkte auf Ähm... Bis zum nächsten Mal Alter... Boah! Bis zum nächsten Mal Und hoffentlich hat es euch gefallen Wenn just different Wenn dann hinterlos zu like Abonniert uns Ja... Und... Schreibt das in die Kommentare Und... Auf Wiedersehen